Für unsere Klubtraum, Anima Malbeck vom FC Kürstadt, willkommen als Rundfekt-Spielerin. Dann, Berunika Kanschow vom polnischen Vizemeister Kirsta Korbik. Aus dem Verleihung des H1, mit dir wir gleich sprechen, vom FC Kürstadt für unseren Sturm. Kristin Kramer vom FC Köln als Torhüterin. Nara Schmidt vom FC Kürtel als Üblich-Verteidigerin und Matthien Steck von Eingracht Frankfurt. Euch erst mal herzlich willkommen am Pfalzener Bayer. Was ist es? Lass uns beide ein bisschen streng haben. Für alle klassische Bayern zu beginnen, die wir auf einen Runde natürlich stehen können. Herr Borda, in der nächsten Zeit, du musst dich zureinander geschehen. Hallo. Und natürlich, wie gearbeitet wird, hat mich sehr überzeugt. Und deswegen habe ich mich für den Wechsel entschieden. Und du kommst jetzt vom 1. FC Ingolstadt, das sind gerade mal 70 Kilometer. Ich habe die letzte Zeit. Vanessa Heim, die von Ingolstadt nach Nürnberg wechselt, wird gefragt, wie die beiden Vereine im Vergleich dastehen. Vor mehreren Jahren hatte der FC Ingolstadt immer noch ein bisschen die Nase vorne. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geämpft. Ja, aber das ist gleich genau. Und Ingolstadt, äh, es ist Grünberg mit. Das ist auch vorne. Und das wird natürlich auch verfolgt. Wo weh? Ja, das war schön, dass jetzt hier zu sein. Schaust du eigentlich auch die Länderspiele bei der WM an? Sie sagt, die Anstoßzeit... Das ist ein bisschen blöd, weil es am Vormittag ist. Ich arbeite noch nebenzu am Vormittag. Und deswegen ist es schwierig. Zusammen schauen, das weiß ich gar nicht. Ich muss morgen wieder arbeiten. Vielleicht die anderen Mädels. Das kommt auch noch. Alles klar. Dankeschön, Vanessa Heim und euch natürlich auch. Herzlichen Dank, dass ihr da seid beim 1. FC Nürnberg. Dass ihr die Mannschaft, dass ihr den Verein, dass ihr die Legende unterstützt. Wir wünschen euch von Herzen wirklich nur das Allerbeste für die Saison, die dann mit dem September beginnt. Danke euch! Die Autogrammstunde, bei der sowohl die Erstliga-Profis als auch die Zweitliga-Profis nebeneinander saßen und geduldig Autogramme schreiben würden. Es bildete sich eine lange Schlange und die Leute warteten geduldig, bis die Stunde vorbeiging und die Autogrammstunde beginnen soll. Und derweil holte unser Fernsehteam ein paar O-Töne von den Zuschauern ab. Und während die Legende über die Lautsprecher schallte, haben die neuen Spielerinnen die Ehre, das ein oder andere separate Interview für die anwesenden Fernsehteams zu geben. Die Legende werden sie bald sehr zu schätzen wissen. Ja, man freut sich natürlich hier Teil davon zu sein. Es ist eine geile Stimmung hier, dass man auch so empfangen wird. Das heißt schon, dass in den letzten Jahren super Arbeit hier geleistet wurde. Und das ist jetzt so der verdiente Lohn, den sich die Mädels auch abholen und wir als Mannschaft auch abholen. Und ja, uns freut es natürlich hier Teil davon zu sein und den Fans auch was bieten zu können und uns auch zu präsentieren. Wir Männer finden es ganz toll, dass die Frauen Erstligisten sind und die Jungs nur Zweitligisten vorläufig bleiben. Das macht man nicht alle Tage. Das war jetzt auch für mich das erste Mal, auch mit den Profis zusammen zu kicken. Ja, dann auch mit der Kulisse ist natürlich schon ein Highlight und macht einfach Spaß. Auch Dieter Nüssing, Michael Wiesinger oder auch Dieter Hecking hatten durchaus hin und wieder Zeit für einen kleinen Plausch. Das Ende der Autogrammschlange. Eine knappe Stunde bevor die Autogrammsstunde beginnt. Währenddessen ein paar Hintergrundgespräche mit Gung, man konnte die ein oder andere Gesichter austauschen über den HSV, die Glasgow Rangers und dies und jenes unter anderem zum Stadionneubau. Neuer Sympathieträger beim 1. FC Nürnberg, unsere Torwartfrau Lea Paulik. Das merkte natürlich auch das anwesende Fernsehteam und während der Autogrammaktionen wurde sie nicht nur aufmerksam beobachtet und gefilmt, sondern musste dann auch noch ein Interview geben, was später dazu führte, dass an dieser Stelle ein Stau entstand. Lea war daran natürlich völlig unschuldig, aber die dahinter sitzenden saßen auf ihren Autogrammen und fanden keine Abnehmer mehr. UNTERTITELUNG Bitte schön, hi! Hi! Natürlich! Geht's mal umgekehrt! Ich muss, du kannst auch ein Ruhr! Bitte! Hi! Hallo! Ja! Geht's mal umgekehrt! Hallo! Hallo! Warum hast du dich nicht in der Tat stehen? Toll! Hallo! 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 Was machst du? Schade. Schade, gut. Das ist ganz gut. Und Achtung. Ach. Schade. Danke. Weiter laufen. Hier bei unserem Sympathieträger Mats Möller-Dehli sieht man schön den Stau, den hinten Lea Paulik ungewollt verursacht, sodass die Spieler hinter der Reihe dann auf ihren Autogrammkarten zunächst mal saßen, was ich ausnutzen konnte und mir das ein oder andere Autogramm auch nach außen geben lassen konnte, ohne Teil der Schlange zu sein. Also, wir müssen jetzt noch ein paar Drei-Ber 은ir jetzt gehen. So, ein paar Drei-Beradenen zu starten. Hier bei dem Drei-Beradenen hatte ich noch einen Moment, in der wochen Stau. Sollte sind jetzt hier und sie schon mal über Lea Pauli-Stein und sie sind dann hier weiter gegangen, aber auch ganz schön! Er ist heute eine Zeitung. Sollte kommen, auf dem Drei-Beradenen auf ihr auch ein paar Drei-Beradenen anmails oder in diesem Drei-Berk-Achtung. Sollte dort in Wiener. Natürlich spürt man den Druck, das Tor war relativ klein, aber ich bin froh, dass ich es treffen konnte. Da ist auch immer ein bisschen Glück dabei, aber es hat dann gepasst. Ja, man freut sich natürlich sehr, wenn man weiß, dass man in sieben Wochen endlich starten kann in der Bundesliga und da genießt man natürlich jedes Training, auch wenn es hart ist. Das freut man sich natürlich, weil man weiß ja, für was man arbeitet und man will gemeinsam als Team das Zielklasse erreichen und dafür werden wir jetzt die nächsten Wochen hart dafür arbeiten, auch wenn es manchmal weh tut, aber wir wissen, für was wir es machen und deswegen freuen wir uns alle, wenn es dann bald auch losgeht.